Gute Laune, Beratung, Kaufen, das alles bringen wir zu Ihnen nach Hause. Wir sind Problemlöser und wir sind Auffrischer. Wir können Sie auffrischen ein bisschen zu Hause, meine Damen und Herren. Das wird nämlich manchmal Zeit, wenn man so in seinen Kleiderschrank guckt und sieht die alten Handtücher, die die Mama einem noch vererbt hat, die jetzt mittlerweile 35 Jahre alt sind, wo die Farbe völlig raus ist und hart wie ein Brett. Geht es Ihnen auch so? Also mir ist so gegangen. Und da musste ich unbedingt neue Handtücher kaufen. Das war nämlich in dem Moment, als ich Gäste hatte, richtig peinlich. Und das will ich natürlich nicht. Heute gibt es bei uns Handtücher vom Allerfeinsten für ein ganz kleines Geld. Und die Anne freut sich schon, weil die ist ja Sportlerin und braucht auch immer Handtücher. Ja genau, diese Handtücher sind nämlich besonders saugfähig, dank des tollen Materials. Und das ist besonders für Sportler wichtig, dass sie natürlich auch ausreichend Feuchtigkeit aufnehmen können. Und um nochmal dein Beispiel aufzugreifen, lieber Walter, Ich finde es auch immer so peinlich, wenn man wirklich mal Gäste bekommt und dann hast du da nur so zusammengestückelte Sachen und nichts passt wirklich zusammen. Und klar, Handtücher können schon entsprechend teuer auch sein, aber ich meine bei uns nicht. Denn wir haben heute wirklich sehr, sehr viele und schöne bunte Farben im Sortiment und natürlich auch einen wunderschönen Preis. Wir fangen an mit der orangefarbenen oder mit dem orangefarbenen Handtuch. Du hast es gerade schon gezeigt und das ist ein Baumwollfrottee-Handtuch. Das ist 50 mal 100 Zentimeter groß. Der Walter zeigt es gerade mal. Da ist es aufgeschlagen, ist eine schöne Größe, kann man auch einmal sich um den Körper wickeln oder aber auch als Strandhandtuch. Oder? Als Kopfhandtuch. Ja, macht man ja, wenn man die Haare gewaschen hat. Ja, das stimmt, ja. Das geht natürlich auch. Dann macht man hier so einen Turm oben drauf und hinten wieder fest und dann kann man damit durch die Wohnung laufen. Ja, genau. Dann trocknen die Haare. Es ist viel gesünder, viel gesünder natürlich als mit dem Föhn da mal durchzuwurschteln. Auch sehr stilvolles Design. Wir haben hier nämlich so bestickte Bordüren. Die sieht man hier nochmal ganz gut. Genau, das sind die. Und das macht sich natürlich auch schön als Deko, so im Baderegal. Die haben eine wunderschöne Farbe, so richtig knalliges Orange. Das macht richtig gute Laune. Gerade wenn man jetzt ein bisschen geschmackvoll eingerichtet ist, nur in weiß und sehr dezent, dann kann man ruhig mal so ein paar kleine Farbakzente setzen. Wilson Gabor ist die Firma. Haben Sie bestimmt schon mal gehört, meine Damen und Herren. Das sind Markenhandtücher vom Allerfeinsten. Wie viele Millionen Maschen da drin sind, weiß ich nicht. Aber Baumwolle, das ist wichtig. Und zwar 100% Baumwolle. Das bedeutet hautfreundlich mit optimaler Saugkraft. Und nicht nur das, meine Damen und Herren. Sie haben hier Handtücher, die wirklich eine lange Lebensdauer haben. Sie waschen die bei 60 Grad in der Buntwäsche oder in der Kochwäsche. Und die können Sie auch in Trockner tun, dann sind die wunderbar weich. Und wie gesagt, mal neue Akzente zu setzen im Badezimmer oder aber auch beim Sporteln beispielsweise. Oder aber wenn Sie Gäste haben, das ist genau das Richtige. Also babyweich, haben wir auch einen wunderbaren Aufhänger dabei. Der hält auch wenigstens. Und hier ist die Artikelnummer. Ja, die Artikelnummer ist die NC 8769 und die 569. Und hier wird es abtrocknen zum echten Luxuserlebnis. Die sind nämlich sehr, sehr streichelweich und zart. Und das ist natürlich toll, gerade wenn man dann im Winter aus der Dusche steigt, aus der Badewanne steigt. Dann ist es doch wundervoll, wenn man sich in so kleine oder schöne, zartweiche Handtücher einschmuggeln oder einmummeln kann. Jetzt haben wir die nächste Farbe, nämlich die Farbe beige. Die sind auch ein bisschen größer, nämlich 70 mal 140 Zentimeter. Das sind schon Badetücher. Das sind schon richtige Badetücher, genau. Für den Strand auch gut geeignet oder aber eben für das Badezimmer. Da kann man sich ganz drin einwickeln und ist auch schnell wieder trocken. Die sind nämlich besonders saugfähig. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Ein Markenhandtuch, meine Damen und Herren, was natürlich auch richtig gut aussieht. Wenn man das dann an die, wenn Sie so eine Stange zu Hause haben, an die Stange hängt. Genau. Oder so ein Häkchen ist ja auch dabei, wo wir es aufhängen können. Das zeigen wir jetzt auch nochmal. Die hat auch ringsrum, ist die eingefasst, also richtig stabil. Da haben wir den Haken. Und dann eben die Einfassung. Schau mal, das ist richtig gut verarbeitet. Sehr gut. So muss das sein. 70 mal 140. Badetuch aus reiner Baumwolle. Kuschelweich, meine Damen und Herren. Und für Allergiker natürlich gut. Es gibt ja heutzutage, kaufen auch schon viele Mikrofaserhandtücher. Das hat ja alles seine Vorteile. Nur wenn Sie Allergiker sind, könnten Sie unter Umständen damit ein Problem haben. Und bei Baumwolle haben Sie eben kein Problem. Das sind schon die richtigen tollen Handtücher, meine Damen und Herren. Wunderbare Sache. Also die Farbe gefällt mir besonders gut, wenn man so ein bisschen geschmackvoll auch zu Hause eingerichtet ist. Und ich meine, man kann sich davon ja gleich noch ein paar mehr bestellen. Gerade wenn man dann auch mal Gäste bekommt, dann ist es schön, wenn man auch mal gleich ein ganzes Set hat. Was natürlich auch nicht so viel gekostet hat. Und da kann man auch dann mal seine Gäste verwöhnen, ganz einfach. So ist das. Und meine Damen und Herren, noch vielleicht ein kleiner Tipp von mir. Sie können die Handtücher in dieser Größe natürlich auch in anderen Farben haben. Da müssen Sie einfach mal im Callcenter fragen. Genau. Haben wir alles soweit da. Wir wollten Ihnen jetzt nur mal die Größen zeigen und die bunte Palette, die wir so haben. Das setzt nicht nur Akzente im Badezimmer, sondern natürlich auch in der Gästetoilette beispielsweise. Genau. Ich habe auch ein Handtuch immer in der Küche. Das wechsle ich einmal am Tag aus. Ja. Ja, ja, weil man da schnell mal irgendwas macht. Und dann nehme ich nicht das Geschirrtuch. Das Geschirrtuch ist für Geschirr. Sehr gut. Und das ist jetzt die Größe von 70 mal 140 Zentimetern. Und die haben die Bestellnummer NC 87, 83 und die 569. Und die kommt zu einem Superpreis von unter 13 Euro zu Ihnen nach Hause. Tja, das ist nicht alles. Wir haben noch mehr, damit Ihr Geschmack auch getroffen wird, haben wir natürlich noch andere Farben dabei, meine Damen und Herren. Interessant ist der Preis. Ein Drittel des Preises lassen wir hier runter bei allen Handtüchern. Sie zahlen hier noch nicht mal 13 Euro. Und Sie wissen vielleicht selbst, meine Damen, was Handtücher kosten, wenn Sie eine gute Qualität haben. Bei der Farbe hast du mir ja vorhin verraten, das ist so deine Lieblingsfarbe. Mag ich sehr gerne. Gerade im Badezimmer ist es sehr stilvoll und edel. Ja, und schwarz-weiß stirbt ja sowieso nie aus. Und man sieht auch hier, wie edel das aussieht. Ja, stimmt. Richtig schön. Genau, man könnte das ja auch kombinieren, vielleicht mit dem Beigen noch, dass man im Badezimmer vielleicht zwei verschiedene Farben hängen hat. Genau. Ich meine, bei dem Preis, also da können Sie ruhig gleich zuschlagen, gerade wenn die Gäste dann mal wieder vor der Tür stehen. Oder es ist natürlich auch für Sie schön, wenn es dann immer super und schick und ordentlich im Badezimmer aussieht. Und da gehören natürlich auch die richtigen Badetücher dazu oder Strandtücher. Kill Roy is watching you. Was mir sehr gut gefällt, ich meine, man kennt sich ja aus mit Handtüchern, sind die Aufhängeschlaufen. Du hast es ja vorhin schon gezeigt, die sind richtig stabil. Es gibt so Handtücher, entweder kriegt man die gar nicht aufgehängt richtig oder aber diese Dinger reißen immer. Stimmt, stimmt. Das kann hier nicht passieren. Das ist richtig gute Verarbeitung, richtig gute Qualität, die Sie hier kaufen, meine Damen und Herren. Und Sie müssen selber überlegen, wie haben Sie Ihr Badezimmer eingerichtet. Bei mir ist es also in meiner, in Meerbusch, da haben wir ein kleines Reihenhäuschen, meine Damen und Herren. Und da habe ich es einfach so silber-weiß. Da passt natürlich schwarz wunderbar dazu. Das stimmt. Dunkelrot würde auch passen. Stimmt, schwarz und rot ist auch eine gute Kombination. Rot haben wir nachher auch noch für Sie vorbereitet. Und die sind auch wirklich aus 100% reiner Baumwolle. Das saugt natürlich auch sehr viel Feuchtigkeit auf. Also auch hier gerne mal mit ins Fitnessstudio mitnehmen oder zum Joggen oder wo auch immer hin. Die sind echt super und haben eine echt gute Qualität. Lassen Sie sich einfach verwöhnen. Das flauschig-weiche Tuch, das Badetuch, was wir haben von Wilson Gabor, trocknet Ihre Haut verführerisch kuschelweich ab. Das macht richtig Spaß. Und das ist längst nicht alles. Das Handtuch ist aus reiner Baumwolle, 100% und hat es in sich. Egal, ob an warmen Strandtagen beispielsweise oder als Begleiter für viele Gelegenheiten. Hervorragendes Design. Also ich, wenn ich aus dem Haus gehe und ein bisschen auf Reisen bin, habe ich auch immer ein Ersatzhandtuch dabei, weil man weiß ja nie. Ja klar, oder auch am Strand. Du kannst ja nicht ein Strandhandtuch zum Drauflegen nehmen und zum Abschocken. Da braucht man schon mal so zwei Stück. Und ist ja natürlich auch manchmal, ist es schon vorgekommen, dass man dann im Urlaub sein Handtuch versehentlich am Strand liegen lassen hat. Das ist ärgerlich, ne? Oh ja. Aber ich meine, bei dem Preis, gut, kaufen wir mal schnell noch eins nach. Die kosten hier wirklich nicht viel, liebe Zuschauer. Und die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass sie sich morgens ihren Platz suchen am Strand. Und auf die Liege schnell ein Handtuch werfen. Und das muss natürlich Stil haben, meine Damen und Herren. Also auch hier 70 mal 140, richtig schön groß und auch nach dem Duschen ganz schnell mal übergeworfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich dusche, klingelt das Telefon oder habe an der Tür der Postbote. Und dann schnell das Handtuch um und mal eben an die Tür gehen. Das ist natürlich kein Problem. Die Artikelnummer ist hier die. NC 87, 68 und die 569. Und auch das ist die Größe 70 mal 140 Zentimeter, die zu Ihnen nach Hause kommt. In schwarz natürlich. Und auch das Ganze für unter 13 Euro. So, um Ihnen jetzt mal eine bunte Palette weiterhin zu zeigen, gibt es jetzt ein Set, was wir mal rausgesucht haben. Und dieses Set besteht aus 2 mal 50 mal 100 Zentimeter und 2 mal 140 mal 70. Das sind also zwei Handtücher jeweils. Jeweils zwei Handtücher. Genau, also hier von zwei Stück, hier von zwei Stück. Und das kann man ja schon gebrauchen. Also das Kleine vielleicht für die Hände, das Große vielleicht für den kompletten Körper. Also das wäre jetzt wirklich eine schöne Sache, auch um zu sagen, ja, ich bestelle mir gleich ein ganzes Set. Oder wenn ich weiß, jemand ist gerade frisch umgezogen. Da sucht man ja auch mal so nach kleinen Mitbringseln oder Geschenken, was man für die Wohnung schenken kann. Und da ist das hier optimal. Also zweimal Badetuch und zweimal Handtuch, meine Damen und Herren. Das sind also vier Stück, die Sie hier nach Hause bekommen. Da sehen Sie es nochmal. Die Artikelnummer ist die 87, 78, 569. Und Sie haben einen super Preis von 24,90, also keine 25 Euro für alle vier Handtücher. Da haben Sie also ein Set jetzt. Ich sage mal, wenn Sie jung verheiratet sind, dann passt das natürlich wunderbar. Und auch das Rote möchte ich mal aufmachen, damit Sie das mal sehen können. Ach, Weinrot ist schon was Schönes. Das ist schon eine schöne Farbe. Aber auch kombiniert mit unseren schwarzen Handtüchern, die wir Ihnen gerade gezeigt haben. Das sieht echt richtig klasse und edel und schick aus. Sehr elegant. Wenn Sie die nach Hause bekommen, einmal durch die Waschmaschine jagen bei 60 Grad. Dann in den Trockner rein und schon sind Sie einsatzbereit. Denn die haben natürlich eine Imprägnierung und diese Imprägnierung muss runter. Und das kriegen Sie durchs Waschen sofort runter. Das ist ja Fabrik neu. Und dann sind Sie natürlich besonders saugfähig und richtig kutschelweich. Hier sehen wir auch nochmal die Zierbordüre. Das eignet sich auch besonders gut. Viele dekorieren hier ihre Badehandtücher auch so ein bisschen im Baderegal. So als kleines Deko-Accessoire. Und da macht sich das gut hier mit dieser Zierbordüre. Und wir haben hier auch wieder richtig feste Qualität. Also hier auch wieder natürlich das Eingenähte, was wir hier sehen, damit das Ganze nicht austrudelt, der Rand. Und natürlich hier unseren Aufhänger. Und ich sag's nochmal, der kräftige Frotte-Stoff sorgt natürlich dafür, dass sie optimal saugfähig sind. Und das ist dann gerade für Sportler genau das Richtige. Nimmst du eigentlich auch immer ein Handtuch mit? Ich nehme immer ein Handtuch mit, auf jeden Fall. Genau, also das sollte man schon haben. Ich meine, ich dusche mich ja auch danach. Und da will ich aber auch eine schöne Größe haben, wo ich mir das einmal rumschlegen kann, damit man auch mal wieder zum Spind laufen kann. Und da ist das wirklich eine richtig gute Größe, was wir hier haben. Das sind nämlich 140 mal 70 Zentimetern. Alles mal zwei. Das heißt, Sie kriegen vier Stück nach Hause. Und wenn Sie keine 25 Euro zahlen, dann wissen Sie ja, dass Sie gerade mal bei 6 Euro pro Stück sind. Das ist natürlich ein super Vorzugspreis. Decken Sie sich mal richtig ein. Vielleicht wird es mal wieder Zeit. Vielleicht haben Sie ja die Sachen 20, 30 Jahre schon im Schrank. Stimmt. Ich hab's ja eingehend gesagt. Und dann sind die einfach nicht mehr schön. Dann sind die auch irgendwie hart und dünner geworden. Und meine Damen und Herren, mal so neue Handtücher für ein kleines Geld sich zu besorgen, das ist natürlich hier optimal. Also, da sehen wir es nochmal. Artikelnummer ist hier die. In C, 87, 78 und die 569. Hier ruhig mal mit Bevorraten mit einer Farbe oder kombinieren Sie zwei Farben, weil ich finde es immer echt peinlich, wenn man dann Besuch hat. Und dann stückelt man irgendwelche Handtücher zusammen, die man noch vor 35 Jahren hat, wie du gesagt hast. Das ist schrecklich. Und ich meine, die kosten doch nicht viel. Da ruhig mal ein, zwei Sets bestellen. Da sind Sie auf der sicheren Seite. Wer weiß, wann wir die wieder hier in der Sendung haben. Da machen Sie nichts mit falsch, liebe Zuschauer. Was ich spannend finde, sind die verschiedenen Farben. Sie müssen ja selber mal gucken, was Ihnen am besten gefällt. Aber hinterher wissen wir natürlich vom Callcenter, welche Farbe am meisten verkauft hat. Hier haben wir dieses Königsblau. Also Blau, so ein Royalblau, das ist absolut meine Lieblingsfarbe. Und Blau passt ja auch immer zum Badezimmer. Viele sind ja auch so ein bisschen marinemäßig eingerichtet. So ein Blau und Muscheln und Leuchtturm überall. Und da sind die blauen Handtücher natürlich richtig klasse. Königlich. Da muss ich gerade an Willem-Alexander denken. Vielleicht ist das ja für seinen Einstand genau das Richtige. Also lieber Willem-Alexander, Herr Prinz, wenn Sie jetzt zuschauen, dann bitte gleich bestellen. Genau. Unter der Artikelnummer NC 8775 und der 569. Das ist übrigens jetzt auch wieder ein Set. Da kriegen Sie die Kleinen mit nach Hause. Zwei Stück. Zwei Stück. 50 mal 100 Zentimeter. Und zwei Badetücher. Genau, von 140 mal 70 Zentimeter. Jawohl. Und das könnte man übrigens auch wieder kombinieren. Entweder mit den roten oder mit den schwarzen. Muss ja nicht nur blau sein. Das sind auch so Sachen, die kann man als Geschenke gut weitergeben. Stimmt. Also ich hätte mich früher gefreut, aber ich habe ja nun die alten Handtücher geerbt, die ich schon als Kind hatte und die habe ich mittlerweile weggeschmissen. Weil irgendwann ist dann gut, wenn man dann heiratet, eine Familie gründet und auch noch Kinder bekommt, dann braucht man auch ein paar Handtücher mehr zu Hause, meine Damen und Herren. Die fühlen sich unheimlich weich an. Also gerade wenn man aus der Dusche steigt, da ist es ja immer so, also ich brauche da ein schönes warmes Handtuch, am besten noch über die Heizung hängen, damit es schön warm ist und dann noch so kuschelig. Das macht sich natürlich richtig klasse. Wunderbar. Also neue Handtücher braucht das Land, meine Damen und Herren. Deshalb bitte nicht mehr warten. Warte mal, ich würde es mal gerade hier rüber. Wolltest du jetzt kombinieren? Ich dachte, du wolltest uns nochmal die Farbe kombinieren. Nee, nee, ich möchte mal die Palette gleich nochmal zeigen, wie schön bunt das ist. Sehr gut. Und nochmal, trockener geeignet, 100% Baumwolle, bei 60 Grad können Sie es waschen. Ich würde es auch machen bei 60 Grad, denn ab 60 Grad werden die Bakterien abgetötet. Wenn Sie jetzt 30 oder 40 Grad nehmen, meine Damen und Herren, dann könnte da noch was drin sein, was nicht reingehört und deshalb 60 Grad ist genau richtig. Genau, hier nochmal die Artikelnummer. Das ist die NC 8775 und die 569 und da bekommen Sie das Royal Blau nach Hause im Zweierset, also zweimal 50 mal 100 Zentimeter und zwei Stück von den 140 mal 70 Zentimeter. So, jetzt schauen Sie mal, das ist unsere Palette, die wir Ihnen vorgestellt haben. Da müssen Sie sich nur noch entscheiden, wollen Sie lieber beige, wollen Sie lieber schwarz, rot oder aber blau oder machen Sie ein Mix auch mit Orange beispielsweise. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Aussteuer sozusagen. Machen Sie mal wieder schick das Badezimmer. Macht Spaß. Machen Sie mal wieder schick das Badezimmer. Untertitelung des ZDF, 2020